Ah, Scheiße. So, jetzt die Frage. Brownies oder Honig? Wie lange braucht das denn alles? Ich glaube, Honig braucht 10 Minuten. 15. Und Brownies? 30 Minuten. Ja, die Tapete hätte ich schon gerne. Krieg ich aber nicht. Der Tee ist noch immer heiß, dann trinke ich. Hm. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ding braucht. Aber es scheint mit die längste Sorte zu sein, die man nur anbauen kann. Bis schon mehr anbauen. Wir bauen das schon mal anbauen. Soi, habe ich noch immer versucht, warum ich hier so auskissen habe. Soi, das ist so schön. Men da dazu noch nicht ein bisschen Abagebeug. Okay. Krass, Helden, 1 von 11. Ich hab da immer noch keinen Bock drauf. Deswegen tu ich's auch nicht. Egal, wie oft du mich nervst. Es ist mir einfach egal. Ich hab da immer noch einen Schuch. Ich hab da immer noch einen Schuch, aber es ist mir einfach so schön. Ich hab da nichts. Ich hab da nichts. Ich hab da nichts. Oh, na da, schau mal an. Du stehst aber nicht auf der Liste von Leuten, für die ich etwas tun muss, um weiterzukommen. Und das ist bei ihr, denn die steht hier und das reimt sich. Ja, ach guck mal, Hindukusch ist fertig. Und Sourdiesel wird es allmählich. Sehr gut. Butter. Butter. Da ist ein Afghani. Was habe ich hier genau gemacht? Ich wollte Kekse machen. Afghani brauche ich für Butter. Okay. Der Keksauftrag geht voran. Und jetzt, wie wenn ich nicht auf meinem Schlauch schauke? Wenn ich nicht auf meinen Schlauch schlauch schauke, dann schlauchst du da. Wenn ich nicht auf meine Schlauch versuche, schlauchst du nach oben, bist du da. Ich habe noch einen Schlauch zu verpacken. Es ist sehr schön. Ja, okay, jetzt geht es schneller. Sehr gut. Ich muss mal kurz meine Hosenbeine hochkrempeln. Es wird gerade warm hier dran. Ganz warm. Hier dran. Platsch. Plitschi, platschi. Plitschi, platschi. Plitschi. 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.